Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Among Us. Ja, heute gibt es mal wieder ein paar Crewmate-Runden und die waren ziemlich durcheinander. Aber das werdet ihr auch später sehen im Video. Auf jeden Fall viel Spaß! Boah, ich will auch einmal Imposter sein, ey. Das soll jetzt nicht mehr normal. Das ist los. Ich muss mal ganz kurz sagen, dass ich das Unterstreben von diesem Spiel finde, dass ich nie wieder Imposter werde. Ich bin auch keine Poster! Seit einer Woche! So, das wollte ich jetzt loswerden. Wollen wir dafür wohnen? Ja, dachte ich, ne? Wir wohnen dafür, ne? Save von einem von euch die Würde. 10 zu 5. Ich skippe. Ich lasse ihn mal leben. Bitte, bitte. Ich will nicht schon wieder sowas ungeschärfer. Los! Ich 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 los! Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so was muss ich dir noch alles machen elektrik und cafeteria okay dann gehen jetzt ist meine elektrik ich bin auch admin da wo man die kabel da machen muss ich glaube dass guti und zwei ist weil guti ist als ein lichter die lichter waren gerade noch aus als zweiter geld gut ist nach rechts nach atmen gelaufen anstatt zu den lichtern nach unten ja aber du hast ja vorher schon die ganze den atmen und das ist relativ lang her ich weiß nicht was du dann halbe stunden atmen machst nächster punkt ich habe mich in elektrische gesehen mit zwei und wer war noch schönste genau ich war noch einmal panik hatte vom double kiff von euch beiden was soll ich habe nicht da gemacht dass er mit reinkommt und bin damit es kann mir nach oben also ich bin kurz nach storage und dann wieder zurück nach oben richtung security und da kann mir dann guti aus security entgegen ich glaube gut ist gewendet von elektrische zusammen also gerade erst mal das was er gesprochen hat und wo wart ihr zusammen zusammen erst sind wir zu antigen als zu beginn der runde ja das gemacht dann sind wir zurück über storage gelaufen haben dadurch ausgemacht und sie dann unten über lower engine in reaktor gegangen da habe ich meine task gemacht wo gut die dann im moment war weiß ich nicht aber ich kann es halt nicht sehen aber als die task war war neben mir ein reaktor also ihr könnt euch die ganze zeit nur genau wir waren ich wollte darüber nach atmen gegangen weil ich dann noch hier die kabel da machen musste wie lange warst du mit den anderen beiden in elektrische nicht so lange also wo zwei reingelaufen ist mich sofort rausgegangen also habe ich zu voraus ich habe nur lichter gemacht und dann ich kann zeit nicht hundertprozentig sagen ich bin ich bin ich bin Glockenzeichen Aha Dave, erwischt. Was erwischt? Du hast ihn noch gerade getötet. Man, an der Vergessung. Vergess es, Dave. Amo hat es gerade gesehen. Amo ist gerade mit uns. Am Arsch. Leute, wo war der Kill? Hier war Upper Engine. Da war Pall, wer auch immer und ich. Und ich und ich. Ja, der Pall ist gerade gelaufen und hat Pall getötet. Ja, ja, ja. Okay, also es heißt, wir sind vorhin auch entgegengekommen. Da bin ich runtergelaufen und dann ist er hochgelaufen Richtung Security. Richtig, richtig. Ey, ganz ehrlich. Ich, ähm, Schwänze, Pall und Amo. Echt? Vergess es, Dave. Nee, nee, nee. Vergess es Gott. Es ist Dave. Also, David hat mir hier Dings gemacht. Du hast mit mir hier Dings hier Reaktor gemacht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ihr meintet ja am Anfang. Ich und Goodie sind die Impostor, ne? Wenn ich jetzt sterbe und Goodie auch gestorben ist und wir in der Region ist nicht zu Ende, dann wählt die nächste uns. Bitte, Dave. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. 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 Könnte auch nicht sein, aber ich mach jetzt Messers auf zwei Weilchen auch. Das hat eigentlich gepasst, was der Paar gesagt hat. Ich muss jetzt gucken. Danach. Ja. Wenn wir die Runde überleben. Mal schauen. Ich will nicht mal was. Na toll. So ne Scheiße, ey. Komm, 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 komm. Jawoll, Arme, richtig gut. Jawoll, Arme, richtig gut. Ich voll grad drücken. Ich voll grad drücken. Ich voll grad drücken. Oh, ich hab die ganze Zeit diesen Scheiß-Emergency-Button gespammt. Oh, ich hab die ganze Zeit diesen Scheiß-Emergency-Button gespammt. Ich bin dir nur wie Eigenfalter nach dem anderen. Oh, du wüt'n Ding. Oh, Gott. Amo, du wüt'n Zucker. Oh, Mann, ey. Danke, dass mein Body mich nicht umgebracht hat.